AlexDars94 Vergiss nicht den Namen der Kirche anzuschalten und bitte, bitte Leute abonniere, abonniere nicht für mich für mehr Content und ja, wenn das von der Bedürfnisse lassen wir uns direkt zum ersten Mal mal umstarten, also wie gesagt, ich mag lieben gerne solche Challenge und so und ja, machen wir mal bei diesem Level also also wie gesagt, man muss man auch Paare suchen und um weiter zu kommen genau wie das da also um ehrlich zu sein, Leute ich mag den gerne Majong weil weil es mir total Spaß macht und es ist eigentlich ja für mich ein sehr entspanntes Game und ja, dieses dieses Majong Solidar Game ist absolut kostenlos also falls ihr solche Majong wenn ihr für Majong interessiert seid ähm der App der App an sich ist echt super, super nice und man kann sich echt total, total entspannen bei diesem Spiel und ähm ja ja ich hatte schon immer Majong gespielt schon seit ein halbes Jahr glaube ich und keine Ahnung ich mag irgendwie dieses wunderschöne entspanntes chinesisches Spiel oder japanisches Spiel lasst mich einfach gerne wissen in den Kommentaren below und so und äh ja es ist eigentlich für mich sehr sehr geil das zu spielen und so und ähm ja es äh es äh Melis Design es entspannt mich sehr 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 nice und Melis Design dieses Level ist absolut mega leicht und ähm natürlich wird es in jedem Spiel auch ein bisschen schwerer sein also je mehr je mehr du Level schaffst desto desto mehr äh schwieriger Level gibt es in diesem Spiel also man muss man eigentlich äh sehr sehr gute Strategie Strategie haben und so hier ist die drei dann können die viel durcheinander dann das Ding das das und das oh so so geht Majong und ähm und äh das Ziel ist es ja einfach Brette abschließen keine Tipps keine Tipps und mischen keine Tipps und und über die zwei 2 Minuten 30 also wie gesagt ähm ich mach mal neustart und äh ah Werbung und wie gesagt das ist äh irgendwie immer ein bisschen challenging und so aber wie gesagt ich krieg das äh definitiv hin von dieses äh ultra krasse Level und so ähm das und das das und das das hier ähm das 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 ähm das das ähm 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 das äh das 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 dieses Zeichen dann auch das so ähm 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 rote Pflanze okay ähm 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 okay 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 das kann ich ja jetzt bin ich voll vorgras vorgras nice äh die rote drache das ding blau rind rot das da das da das da da wird dann noch das Ding fünf blaue Blüte dieses Zeichen Schwan glaube ich das ist dieses kreisende Ding Pflanze zwei drei Winter und dieses Zeichen Balabang balabum so so geht es drei alle drei Sterne huh gut äh ein ein Brett kann ich noch schaffen und das ist dieses ähm dieses oh Dings okay okay dieses Level ist sehr sehr interessant aber wie gesagt ähm bei diesem Spiel habe ich ja echt sehr 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 gut drauf Leute und ähm ja es ist einfach super geil zu spielen also also es lohnt sich ja total wirklich äh das Spiel hinein zu schauen ähm das ist das ganze weg und da es war die rote Blüte ähm Okay, das ist der Schwan. Das ist der Schwan. Das, ähm, das, 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 was ist da, die 5, dann war die Herbstblätter, hab ich schon gesehen, äh, da, 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 wo ist das, äh, ah, 3, 3, 2, hab ich schon gesehen, da war die Blüte, da ist die 5, gut, dann, da war die weiße Blüte, das schwarze Rahmen-Dings, ich komme nicht an die 4 ran, das ist, ja, ist aber, okay, jetzt die Kaffee, das Ding, das ist Zeichen, noch ein Zeichen, das Ding, und das, jawoll, 2, 2 Minuten und 4. Puh, jawoll, ich bin echt sehr, sehr gut im Spiel. Ha, ja, ich glaube, ich glaube, ähm, das war, das war's erstmal für dieses Video, und, äh, ich mach mal ganz, ganz schnell mein Outro, gleich wieder da. So, Leute, ähm, das war, das war's erstmal für mein allererstes Let's Play von, von meinem allerersten Mayong, Mayong Solitaire. Ich hoffe, ich hoffe, es hat euch bestimmt gefallen, und, ähm, ja, wenn ihr neu, wenn ihr neu seid in meinem Channel, dann bitte, 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 Leute, ab, abonnieren meinen Channel, es ist absolut kostenlos, und, ähm, vergesst, vergesst nicht zu liken für dieses Video, das wäre echt sehr hilfreich, äh, um den YouTube-Algorithm, ähm, fortzusetzen, ähm, fortzusetzen, und bitte, Leute, vergesst nicht auch, die Notification anzuschalten, damit ihr kein einziger neuen Video verpasst habt von mir, und sei natürlich der Part des Star Family Squad. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, ich bin euer Alex Tenevis, und ich sage euch, wir sehen uns bestimmt in dem nächsten Video wieder. Bis dann, und ciao! Dankeschön fürs Zuschauen!